ja hallo und herzlich willkommen zur live review zu wwe fastlane 2019 aus dem quick and loans arena in cleveland ohio am 10. märz fand es statt wir haben gerade viertel vor vier der paypal ging ja früher los als normalerweise aufgrund der zeitumstelle gegen der paypal schon um 0 uhr los normalerweise eigentlich um 1 habe ich auch in april so gesagt aber mir ist an sonntagabend aufgefallen zeitumstellung fängt ja schon um 0 an aber gut das ist jetzt nicht so tragisch es gab eine kickoff show wo ja nur ein mensch letztendlich stattgefunden hat und zwar new day gegen also big i und exager woods gegen shinsuke nakamura und rusev das haben die gewonnen nach 13 minuten 15 mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen also ich weiß nicht wie das match war könnt ihr gerne kommentaren schreiben eigentlich sollte andrade gegen rames diri geben das gab es nicht es gab ein feld vorwärts um den united states title später ja habe er so eventuell als scenario gedacht dass dieses mensch gar nicht stattfindet aber hätte sich gedacht dass es auf einmal so ein wwe titel match mit den united states titel jetzt endlich daraus entstehen wird in der kickoff show sollte auch kofi kingston zu den büros von mcmahon weil es um das ww title match geht ja werden wir später herausfinden was da passiert und ja da würde ich sagen fangen wir direkt mal mit der show und zwar ging es los mit dem opener smackdown tag team title match zwischen den usos und dem ist und shane mcmahon dagegen 14 minuten und war in ordnung würde ich sagen so wenn ich jetzt so kurz zurück rennen war es ganz so schlechte müsst ihr als babyface hier in seiner heimat in cleveland kann man sagen hat auch so ein t-shirt gab wo steht cleveland is awesome gut immer wenn er an uns hat resign in hollywood florida na ja quatsch hollywood florida hollywood kalifornien ihr wisst was ich meinte sorry genau die usos haben verteidigt nach 14 minuten nach einem einrollen nachdem dem ist eine topper aktion gezeigt und dann wird er nicht ein rolle und dann haben die gewonnen stelle man hat auch eine coole aktion gezeigt mit dem dropkick tabu usos dann also schön und wollte ich den kurs zu kurs zeigen usos hat dann ein super flash flash angeteased oder usos flash und letztendlich gab es an den dropkick von der sah sehr geil aus ohje das hat sehr schmerzhaft aus war auf jeden fall in ordnung das match nach dem match ja man hat wieder so eine ähnliche szene haben wie bei in welchen chamber das ist und stellen werden so wieder zurückgehend zusammen helfen und dann kam der hielt und quasi von schwingungen attackierte miss mit schlägen und dritten attackiert oder wird handgreiflich gegen den vater von dem ist der in der crowd saß in der ersten reihe und ja auf jeden fall den hielten von shane mal ein bisschen denken können es wird die feder weiterhin gehen mit dem ist gegen chairman bei wrestlemania habe ich umgehen groß los drauf jetzt ist immer wieder hier getötet ja war jetzt nicht schlecht gemacht obwohl seine punch ist immer noch schrecklich sind also das ist fürchterlich die punch ist von shane mcmahon aber dass er nichts neues was ich erzähle ja auf jeden fall war ich jetzt wieder wieder ein heel manager quasi muss jetzt nicht sein ich brauche jetzt kein heel shane oder so aber mal sehen vielleicht wird es ja was gutes draus da müssen wir halt abwarten dann gab es der über cleveland gemis und dann fahrer lustig macht es gab noch eine selfie probo von tru magenta bernkomm und bobby lashley eigentlich hätte ich dazu gesagt dass sie halt das schild zerstören wollten dann gab das zweite match und zwar das ww smackdown womens championship match zwischen asker der champion es gegen mandy rose das ging sechseinhalb minuten und das hat dann asker nach dem spiel hier gewonnen ja war da sage ich es einfach mal also entscheidende szene war natürlich sonja der will heute den candlestick raus und dann rutschte sie auf der ring schürze aus und dann flog sie in den kick rein verliert wenn man die video betrachtet ist sie nicht ganz in der schluss ausgerutscht aber gut soviel dazu gab es hin dass man joss die entschuldigung von sender will geweigert hat und soviel zu dieser ansetzung dann gab es backstage coffee kingston der eigentlich wartet bis mit mainz ihnen allein bittet und beginnig sehr gut kommen zu sagen ja kommen wir gehen ins büro dann ja ging es darum dass bc und exe wurt ein vortrag an das ja coffee kingston der elf jahren chance wartet und diese chance auch verdient hat und das ww title match rein soll dann sagt es würden ww title match geben und es war ein triple threat match er hat nur gesagt triple threat match und big e und exe wurt werden vom ring verband und coffee match wird als nächstes anstehen ja dann als coffee kingston reingekommen ist wird gekündigt dass es ww title match erst später gibt und coffee kingston ein texas tornado style two on one handicap match also quasi beide akteure dürfen gleichzeitig im ring sein gegen coffee kingston das war der bar gegen coffee kingston gegen fünf minuten war scheiße also es war so langweilig und nix besonderes und das war einfach scheiße also tut mir leid das war nicht gut obwohl es drei gute besser sind aber hat man mehr machen können und vor allem wenn der bar halt coffee kingston zerstören soll dann richtig also richtig weg wegkauen und das war naja war einfach boring dann match kam noch pg und exe wutz dazu aber der kabel rusev in der kamura haben die hand haben die dann ausgeschaltet habe ich mir so kurz gedacht gibt es irgendwie league of nations 2.0 ich hoffe nicht brauche ich nicht unbedingt kann von mir aus verschwinden ja soviel eigentlich zu dem match dann gab es wieder leist der ja nicht singt macht sich über coffee kingston lustig bitte dass coffee kingston das kapitel abzuschließen und dann ja zieht er wieder über die stadt her und so weiter also halt nix relevantes eigentlich muss man sagen dann wollte kayla braxton mit jay mcmahon reden und bezüglich der attacke von dem miss aber ignorierte frage geht aber wieder zurück in sein locker room dann gab es das raw tag team title match triple threat also raw tag team triple threat match um die roe tag team titles und zwar der revival gegen bobby root und jett gable und letzte black ricochet zehn minuten und war richtig gut war ein sehr starkes match hat mir sehr gut gefallen hätte noch besser werden können meiner meinung nach kann überlegen wie gut die alle sind hätten wir vielleicht ein bisschen mehr zeit geben können die end sequenz war nicht sehr gar ricochet wieder wieder aus dem ring fliegt schöne end szene halt am ende mit der shadow machine am ende war richtig cool hat richtig bock gemacht und ja ich denke das wird auch bei westmail was ergeben vielleicht ein leider match vielleicht auch so ein tornado match also da stehen einige möglichkeiten und ich würde noch mal so eine partie zwischen den drei sehen weil das war schon cool und ich denke da geht noch mehr würde ich sagen brästlemania nach dem match gab es noch eher weniger eine kurze siegesdauer bobby root attackiert die champions mit dem gloria's dignity als erbeck zeigten black masking root und dann gab es noch ein fix fix warum sag ich das 630 splash von ricochet gegen dash wider und letztendlich dann die beiden nxt ja wie sagen die sind rookies da kann man sagen genau soviel zu dem match dann kommen wir zum fünften match und zwar das ww united states fatal four match zwischen samuel joe und r-truth ray mysterio und andrade ich sag immer noch gern sien almas ja match of the night ging auch nur elf minuten leider wurde zu kurz aber war richtig geil das match hat richtig bock gemacht schöne aktion ray und andrade eine super chemie rames zeigt immer noch in seinem alter wie gut er ist somo joe mit titel zu sehen hat auch gut getan einfach mal ihn wieder mal oder ihn mal mit titel zu sehen ja war auf jeden fall ein gutes match hat mir gefallen sehr stark somo gewinnt am ende jeder zeigt so ziemlich sein finisher keiner sah wirklich schlecht aus wie gesagt hat mir sehr gut gefallen und ich habe kurz gedacht okay vielleicht gewinnt ray mysterio das match holt sich den us-titel und dann ging andrade um den us-titel und den andrade gewinnt das match dann bei wrestlemania hatte ich überlegt aber somo joe hat verteidigt tut ihm auch gut und ja letztendlich ist joe noch champion und mal sehen wie es in dem bereich weitergeht dann gab es das ww women's tag team match zwischen the boss und huck connection bailey und sasha banks gegen naya jacks und termina das ging sieben minuten und ja war sehr bocci muss man teilweise sagen also naya jacks und termina oh gott oh gott also was sie da gebotscht haben das war echt hanebüschend muss man sagen also wenn die sasha banks haben sie noch eigentlich ganz gut gemacht aber naya jacks und termina haben gut gebotscht dann gab es halt ein roll-up am ende von bailey gegen naya jacks damit verteidigen bossen huck in action dass den titel ja danach gab es an tage von naya jackson termina gegen die championess bei phoenix kam noch dazu und hat dann kann termina konfrontiert es gab einen schlagabtausch aber ja die wurde auch zerstört dann kam der teller zu hat versuchten selbst zu machen wurde auch ausgeschaltet also tatsächlich hat man hier wieder so ein stummes 50-50 booking gemacht wurde auch gedacht habe muss das sein das positive in der mensch kann man sagen boston nacken recht hat verteidigt sasha banks konnte zum allerersten mal einen titel im main roster verteidigen jetzt hat einer schon geschrieben den kommentern bei twitter ja aber bailey hat sich den sieg geholt für boston nacken nicht sasha banks sage ich so ja das stimmt bailey hat den pin geholt aber letztendlich hat sasha banks auch gewonnen und hat den titel verteidigt sie ist immer noch championess und ein tag detail kannst du dich alleine verteidigen das verteidigt immer zu zweit das heißt bailey hat den sieg geholt auch für sasha banks und hat auch verteidigt nur so als kleine aufkehrung weil das einmal geschrieben wurde genau dann gab es das ww title match wurde erstmal mit einem normalen match erstmal so bilder her gezeigt auch video clips match dass es halt danny bryan gegen kevin owens geben wird aber es wurde unter dem triple set match geredet ich habe gedacht was passiert denn jetzt kommt jetzt kofi kings sind doch hinzu aber der dritte mann war mustafa ali haben natürlich die crowd nicht so gut eingestellt am anfang gab es halt diese this is boring chance wo ich gedacht habe oh crowd bitte äh nicht quatsch this is boring sondern we want kofi kofi chance die ganze zeit wo ich gedacht oh crowd das sind drei richtig starke wrestler denn ihr brian kevin owens und mustafa ali muss man echt sagen ähm hab ich gesagt match of the night nee das war match of the night das habe ich da geredet das andere war das zweitbeste match das war mein match of the night tschuldigung ähm hab ich total verpeilt dieses match und ich dachte okay die art und weise wie mustafa ali ins match gekommen ist klar muss ich auch sagen dass er eigentlich auch immer in der märchen jammer match drin war und man könnte es so verkaufen dass halt im jammer eigentlich drin wäre sondern verletzt mich raus war und jetzt ihn deswegen wieder eingefügt hat und wenn es mehr gern hat er nicht gesagt dass kofi kingston drin ist er dann gesagt es wird ein triple fred match kann man auch alles verkaufen wie gesagt die art und weise kann man diskutieren darüber auch ein bisschen nachdenken über die ganze situation aber das match selber war richtig geil war eine richtig geiles match 19 minuten lang gegen das match am anfang bis die crowd ein bisschen gekillt meiner meinung nach ansonsten war das match richtig richtig stark denn brian überragend kevin owens überragend mustafa ali überragend kevin uns als fest gefällt mir tatsächlich auch beim ringer waren auch kein schlechter face behauptet einfach mal und war richtig stark brian gewinnt dann mit einem running nie wo ali gesprungt haben brian kommt mit dem running nie war richtig gar die aktion ein 450 auf den april es gab die gut eine kritik was ein bisschen blöd man war halt diese april powerbomb die eigentlich immer dafür da war wenn man ihnen gezeigt hat dass die leute ausgeschaltet hat und da hat muss doch vor allem danach weiter ganz normal gewirkt fand ich ein bisschen unglücklich die aktion aber sonst war das match richtig stark eric rohn hat ja auch eingegriffen da hätte ich jetzt nicht unbedingt gerne gehabt aber gut hat man jetzt hier gemacht ist jetzt nicht ganz dramatisch finde ich aber das match war richtig stark brian hat verteidigt und mal sehen wie es richtung wrestlemania gehen wird vermute mal ein singles match mit kofi ging es beziehungsweise ich denke dass kofi ging es ein match drin sein wird ob noch weitere drin sein werden wird man halt sehen weil es die frage was mit kevin owens macht was man dann auch mit dem mustafa ali macht das wird man sehen kommen wir nun zum nächsten match und zwar zu dem singles match zwischen becky lynch und charlotte flair gewinnt becky lynch das mit wird dem raw women's title match hinzugefügt pro wrestlemania ich habe das schon mal bei der prüge gesagt dass becky lynch überhaupt um das match kämpfen muss das ist totaler schwachsinn weil er dann war mit dem rammel gewonnen hat und da spielst keine rolle bis zu spenden oder sie ist immer noch rammel siegerin dadurch hat sie immer noch die wahl welchen welches match oder welchen championess sie antreten wird und wie dieser charlte komplett random im match ja charlte hat eigentlich so ziemlich das match so ziemlich dominierter hat gelabert wie sonst dadurch auch gedacht habe ich gefühlt lieber abgeschaltet also charlte hätte einfach das maul halten sollen einfach tschuldigung wenn ich das so sage aber das hat genervt also wirklich so genervt dass ich das abschalten würde und nicht so genervt weil sie eine gute hielin gut hielin ist es überhaupt ein wort wahrscheinlich nicht egal ist spät nur sagen ja acht minuten war solide geworgt dann kommt ronda rousey rennt in den ring hinein und ich dachte nur so ohne was macht ihn jetzt und attackiert dann becky lynch dadurch gewinnt becky lynch das match und ja es wird ein trippel fettmatch zwischen becky lynch charl und ronda rousey ist aber klar dass es passieren wird die art und weise weiß ich nicht also ronda rousey kommt in den ring rein ist eine healin und attackiert becky lynch gut man kann es so verkaufen dass hat ronda rousey unbedingt becky lynch ins match haben will und letztendlich dafür gesorgt hat aber ich weiß nicht also da muss ich auch mal drüber nachdenken aber es war irgendwie komisch also wie gesagt ich finde halt die fehde was man daraus gemacht hat die möglichkeit was da bestand und was man daraus endlich gemacht hat ist es grauenhaft muss man sagen also eigentlich hätte es becky lynch gegen ronda rousey man hat es eigentlich so geil aufbauen können und das hat man echt gut versaut das match wird trotzdem gut bei bestmailer denke ich aber mal sehen wie es letztendlich im aufbau wirklich aufbau weitern sein wird wie gesagt dass diese match konzert so entsteht wie es letztendlich passiert das macht keinen sinn dass becky lynch überhaupt nur ein match kämpfen muss macht keinen sinn charlte komplett random ist das match gekommen macht auch nicht so viel sinn gut ronda rousey champion ist das macht Sinn das passt aber wie gesagt eigentlich hätte es ronda rousey gegen becky lynch geben müssen um den royal womans title weil es halt sinn machen würde und auch logisch wäre und charlotte flair eventuell sich eine chance arbeiten können wenn sie halt zum beispiel becky lynch besiegt hätte und dann ins menschen zugefügt wäre so in der art kann machen oder wenn man halt im royal rumblech und beim match da eine gewisse sache einen gewissen engel eingebaut hätte aber gut so viel dazu dann gab es noch bei ronda ankündigt dass es eine face-to-face konversation mit batista und schublech geben wird und es gab noch entschuldigung ich bin ein bisschen müde dass bobby lächel gegen finn beller um den intercontinental thailand treten wird dann gab es noch mal elias der über becky lynch und das schild lustig macht dann lobt er dass er noch nie oder von keinem unterbrochen wird und dann hat er gesagt tschüss und ich mag euch ich mag keinen komplexe evans raus läuft hinein läuft wieder weg wo ich auch gedacht habe so unnötig dieser auftritt da habe ich einfach nur gedacht und das muss ich sagen habe ich mit kaputt gelacht jetzt müsste einfach wenn die orten nach hier auch zeigen dass wir geil gewesen was passiert zehn sekunden später wenn die orten konnten zeigen ich habe mich so kaputt gelaufen ich gedacht geil passt überhaupt nicht eigentlich nur so wenn die orten leisten aber einfach gesagt geil wenn die orten danke und dann kommt es zeigt dann für neue form und damit hat man weiterhin diese fehler zwischen wenn die orten als angeteasst ja den teil fand ich gut mit dem arke und mit dem verordnen vorarm das hat mir tatsächlich gefallen und ja kommen wir nun zum main event six man tag die man zwischen der schild und drew mcintyre baron com und bobby lashley ja man hat das tatsächlich als main event gebracht hätte ich jetzt nicht gedacht dass man das bringen wird als main event naja ich hätte eher als ww title match gepackt aber hier hat man es hier als one last mother time gebracht wenn man sich an die endszene denkt das war ein eiskalt raus ja rome reins in guter form kann man sagen hat nicht viel verlernt aber man hat wieder romans im main event gepackt kommt wieder zurück und schon wieder im main event ich hoffe man geht nicht in die alte richtung ich hoffe es wirklich nicht aber gut hier hat man so verkauft wie gesagt ich habe das ww teil menschen wenn ich habe weil es einfach legitim wäre jetzt hat man so gebracht gut muss mal damit leben ja 24 minuten war jetzt im ersten blick in ordnung würde ich jetzt sagen gab ein paar coole szenen mit der truppe powerbomb wieder dieses outside braw als er von uns fliegt wieder von oben hinunter truppe powerbomb durch kompulatorenpult und dann auch truppe powerbomb am ende auch gegen baron corbin der gepinnt wurde und dann gab es die umarmung um so zu verkaufen okay das war es jetzt mit der schielt endgültig one last time und wie gesagt so geil wie es der vorderse one last mother beep time also es war einfach geil wo ich mich so kaputt gelacht habe ich gedacht habe alles lasse rollins so viel zu bg aber gut man hat es ja rausgeschnitten weil normalerweise so das was wir sehen ist nicht hundertprozentig live das ist glaube ich so fünf bis sieben sekunden verzögerung das heißt dass sie mögliche sachen ausbieten können das hat man hier in dem fall ja gemacht von daher hat man es ausgenutzt die schild hat gewonnen war zu erwarten wie gesagt sehr vor uns wird ja gegen brock lesner antreten bei romans wird man auch sehen was er für ein plan für resmania hat und auch für den ambrose wird man auch sehen was für ihn geplant ist oder ob man überhaupt plant wie gesagt er wird ja nach was mehr vermutlich gehen vielleicht auch verlängern und weiß es nicht man muss einfach abwarten was dann passieren würde denn ich nur da kann man eher nur spekulieren so viel zu fast lane damit 20 minuten über den paypal gesprochen ja irgendwie sehr merkwürdiger paper wie würde ich sagen also es gab gute sachen wie natürlich zum beispiel das united states title match das raw tag team title match und das ewe title match was klare highlights waren dann gab es auch sachen mit kofi kingston das match war nicht sehr sehr mies sachen die ok waren also es war ein komisch gebuckter paypal wie auch irgendwie gefühlt nach jedem match war gefühlt irgendwie ein brawl wenn man uns überlegt äh opener heel turn so eine deville dann gab es eine endszene dann bei de bar gab es halt da nix in dem fall beim raw tag team title match gab es beim united states title match gab es nix bei womens zeit match gab es ein brawl bei ww time match gab es auch nix ja mit dem singles match gab es einen eingriff von ronda rousey und dann beim management gab es halt nix also es war immer wie wir wechseln mit es passiert nix danach oder es passiert dann an der attacke oder irgendein segment kommt dann in dem fall also ja sehr komisch aufgebaut im ersten blick würde ich sagen okay aber wie gesagt ich werde ja wir werden ja noch die podcast wie wir dazu machen und dann gibt es eine genaue analyse von uns und auch eine punkte wertung letztendlich wie wir letztendlich den paypal fanden wie ich den fand und natürlich auch wie der gute alte mischer den paypal befindet oder findet findet er glaube ich sagen egal ich achte jetzt nicht auf die grammatik es ist spät habt bitte verständnis schreibt wie gesagt eure meine gerne in die kommentare und ich würde mal was antießen dass heute abend was kommt ihr werdet sehen was kommen wird aber da geht was los würde ich mal sagen was wir länger geplant haben so richtung road to rest man ihr könnt ja mal vermuten sage ich jetzt mal heute abend kommt was aber schreibt die gesagt eure meine gerne in die kommentare bezüglich dem pay per view und was ihr tippt und freut ihr euch auch auf wrestlemania seid ihr gehypt drauf freut ihr euch auf die kart ich habe schon mal gelesen was da ungefähr teilweise auf der kart stehen könnte und da ist auch nur so wie viele matches ach du scheiße aber gut die show wird auch sechs stunden gehen sie noch gerade dass einer geschrieben hat bezüglich past der kerim von sport hat geschrieben ok finde ich ist die perfekte beschreibung für den pw wenn man ihn skippt hat man nichts großes verpasst aber wenn man ihn sehen möchte gibt es ein paar gute matches und paar die halt langweilig sind aber jetzt nicht schlimm anzusehen oder so ja würde ich auch sagen es war jetzt nicht ganz so schlimm aber es gibt gute sachen die man sich ansehen soll also auf jeden fall das united title match das raw tag team title match und natürlich auch das ww title match das sind so matches die man sich auf jeden fall wenn man sich von fast in so gewissen teile angucken will die drei matches die man sich auf jeden fall angucken sollte aber wie gesagt schreibt doch mal in die kommentare und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal haut rein und ciao beziehungsweise ich habe ja noch eine abstimmung noch gemacht das wollte ich auch noch gerade erwähnen bevor ich mich verabschiede 0 prozent sagen sehr gut 63 prozent sagen gut 25 prozent sagen okay und 12 prozent fanden es schwach zu diesem zeitpunkt genau jetzt endgültig bis nächste mal rein und ciao